sehr schön grüß dich karsten hallo pascal immer noch gut die musik finde ich ja schön dass die ein so an kickt hast du selbst gemacht oder habe ich selbst gemacht ja ganz da darf man doch auch mal sagen oder nicht darf man auch sagen und das ist auch ein sound designer ja genau kann man auch komponieren sagen und aber auch design aber interessant was dann passiert wenn wir jetzt darüber sprechen und so hast du selbst gemacht und dann so ja ja ist doch toll oder genau genau sich das selbst bescheiden die haben es schon so eine bescheidenheit die dabei ist ja aber es ist trotzdem geil wenn ihr jetzt sein gesicht sehen könntet was er dabei macht den kopf so zur seite die schulter ein bisschen nach vorne und dann so wie heißt das verschmilzt lächeln verschmilzt ja dass der pascal mensch der macht sound design und das ist total cool der versteht sein handwerk wer versteht sein handwerk ja beim letzten mal haben wir doch über ego und rollen gespielt ne genau das ist auch die sein rolle ja genau eine von wie viel rollen hast du so ach puh das ist eher so dass es schwierig ist einen überblick über die ganzen rollen zu behalten oder man ist schon in vielen rollen drin ne ja aber ja okay es ist eigentlich quatsch jetzt zu sagen einen überblick über rollen zu bewahren ich meine das machst du ja nicht unbedingt bewusst ne auch ganz auch los lassen welche rollen habe ich heute gespielt wenn man mal überlegt so also heute war ich gärtner was habe ich heute noch gemacht heute war ich meditationslehrer podcaster bin ich gerade mit Pascal zusammen dann war ich kunde ich war einkaufen dann habe ich was geliefert bekommen und zwar das falsche und zwar komplett das falsche da war mein ego war ich da in meinem ego ich habe da hingeschrieben wollte da anrufen und das ich finde es mittlerweile echt blöd man erreicht gar nicht mehr den laden direkt sondern man ist direkt über ein callcenter irgendwie und es gibt noch nicht mal eine nummer eine telefonnummer wo du jemanden persönlich erreichen kannst ne also mir scheint das so als hätten die sich alle der verantwortung entzogen ja und eine virtuelle mauer total gezogen so dass man nicht mehr miteinander kommunizieren kann und die dinge austauschen kann und und offen und ehrlich klären ja genau man kann gar nicht in gespräch mit jemandem gehen und das hat mich nicht geärgert das wundert mich dass das so ist und dass das im grunde auch so hingenommen wird das wird ja eigentlich einfach eingeführt man wird ja nicht gefragt liebe menschheit wollt ihr das so haben sondern auf einmal sind die dinge so ja ja und dann auch noch sehr wie darf ich das nennen also sehr komplex und auch dann intelligent mittlerweile gelöst mit all den automationen wenn dann eine stimme dran ist und dann schon vor auswählt und sagt ja wenn sie unser kunde sind und jetzt das thema a haben dann wählen sie bitte die 1 und wenn sie das thema b haben dann wählen sie bitte die 2 und so weiter und so fort und dann früher hast du noch dann a gedrückt und dann warst du vielleicht bei jemanden aber da gibt es dann stufe 2 wird noch mal unterkategorie und so weiter und dann denkst du halt auf der dritten ebene denkst du also weiß ich nicht ob ihr die richtigen seid für mich aber manchmal hast du da auch so keine wahl wenn jetzt naja was entsprechend brauchst oder so weiß ich nicht dsl-anschluss oder sowas bei den kommunikationsanbietern ist es ja meist so da ist ganz schlimm ne und wenn dann gar nichts klappt dann verbinden wir sie mit einem ansprechpartner und dann kommt als nächstes die wartezeit beträgt 35 minuten eh du dann jemanden dran hast ne das ist echt der wahnsinn da fällt mir ein stimme du bist doch auch stimme oder pascal manchmal ja nicht immer aber schon ich finde schon deine stimme ist sehr gut und kann man auch ruhig sagen dass du stimme bist ich bin stimme und stimmig welche rollen haben wir noch heute gespielt ähm du bist bestimmt auch ähm partner wollte ich auch sagen partner genau und äh sag mal so versorger vielleicht warst du einkaufen oh stimmt ich war auch einkaufen das stimmt ich habe auch gekocht heute ich war auch koch heute dann hast du jemanden versorgt und oder für für gesorgt ja genau er ist schon ähm ich weiß nicht dass gut wenn man viele rollen hat vielleicht ist es eher so dass du dir dessen bewusst bist hat man ja im letzten podcast wo darüber geredet haben und gesagt haben es ist vielleicht von vorteil wenn man sich der rollen bewusst ist weil du ja dann spielerisch damit umgehen kannst und aus der rolle dann wieder schlüpfen kannst hinter dieser sag ich jetzt mal maske ist ja dein selbst du kannst dich da wieder so sag ich mal zurück ziehen und beraten vielleicht manchmal ja für dich selbst und da deine kraft schöpfen und sagen okay so bin ich eigentlich aber jetzt schlüpfe ich wieder in die rolle ja genau und dann mache ich das ja genau das finde ich ganz hilfreich und oftmals ja muss man selbst irgendwie eigentlich so zugestehen wenn man wirklich so im in einem unternehmen ist und dann agiert dann ist halt von außen schon auch oft eine bestimmte geschwindigkeit gefordert und diese geschwindigkeit hindert dich ein bisschen daran man manchen stellen naja die möglichkeit zu haben zurückzugehen wieder rein wieder raus oder so ne also dich selbst zu beobachten und aus den rollen zu steigen und wieder rein ja darüber haben wir zwei auch schon mal gesprochen weißt du noch unten im garten als du wieder kamst aus dem urlaub da ging es auch um das unternehmen und so und dann hatten wir gesagt so wie du gerade sagst das unternehmen selbst gibt ja eine geschwindigkeit vor und es ist ganz schwierig dort anders zu sein als das unternehmen praktisch vorgibt es wird ja sozusagen erwartet dass du als person in dieses unternehmen reinkommst und dort entweder kreativ bist oder sachen befolgst oder konsument bist schöpfer keine ahnung aber sobald man in etwas rein geht gibt es sozusagen einen gewissen standard der dort vorgegeben ist und in denen kann man sich einfügen oder nicht das wäre schon eine erwartete rolle die dort existiert im personalwesen sagt man ja auch ist so eine planstelle frei könnte man auch sagen das ist so eine figur eine leere hülle die steht da und da wirst du jetzt reingesetzt ja geil planstelle ist so ein gutes wort und da 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 füllst du füllst diese diese figur oder diese spielfigur jetzt aus und dann bist du drin und dann wird von dir aber auch erwartet geschwindigkeit auffassungsgabe entsprechendes expertentum fachwissen und so weiter das gilt es alles zu erfüllen entsprechend der stellenbeschreibung ja ganz genau und dann wird natürlich bewertet wie gut du diese rolle spielen kannst und ja geil ich könnte mich darüber kaputt lachen wirklich genau da ist eine stelle vorgegeben von dem unternehmen da wird die person gesucht die da reinpasst und dann wird auch noch bewertet ob du das gut gemacht hast oder nicht gut gemacht hast ganz ehrlich finde das das ist echt witzig ne da ist ja überhaupt kein kreativer raum da ne das ist ja gar kein raum zur entfaltung also du musst schon über die stelle hinaus wachsen und es muss schon fast gewollt sein dass das überhaupt geschieht bei den meisten ist es ja gar nicht gewollt dass du besser als diese stelle wirst als die planstelle weil das nicht vorgesehen ist wenn man das leben jetzt betrachtet ja dann gibt es ja dort jetzt keine keine digitale rasterung dass es in stufen funktioniert sondern es sind fließende übergänge im leben und du kannst ja natürlich eine rolle wechseln aber es wäre dann eine stufe und es ist nicht fließend wenn du jetzt irgendwie super viel besser bist in einer rolle dann wirst du irgendwann aus einem kokon schlüpfen in die nächste rolle und dann hoch springen zum nächsten weiß ich nicht leiter was auch immer teamleiter bereichsleiter whatever oder so eine andere rolle oder sowas dieses spiel ist aber es gibt keinen fließenden übergang so sich zu zu wandeln oder so ne ja genau diese selbstverwirklichung die ist nicht so ein fließender prozess dass du dich wirklich selbst weiterentwickelst sondern du entwickelst dich ein stück und dann passt du in dieses raster dann entwickelst du dich vielleicht wieder ein stückchen und dann passt du wieder in dieses raster ja genau und das ist so ja wir befinden uns in so verschiedenen rastern irgendwie ne anstatt eigentlich das raster selbst zu werden dein eigenes raster entsprechend deiner deinem tempo deinem seins zustand und ich glaube dass diese dieses fließen was du meinst das fließen der selbstverwirklichung eigentlich sehr schnell gehen würde wenn da nicht diese raster wären die im grunde bremsen sind ne ein rasterungen ja ein rasterungen dann bist du in so einer planstelle ganz ehrlich da ist man schnell darüber hinausgewachsen über so eine planstelle ne aber ja ist halt das geld familie und so weiter und dann bleibt man in dieser planstelle drin ja und dann sind mal schnell 15 jahre vergangen kann gut sein und dann stoppt auch die selbstverwirklichung irgendwann ne und dann wird der geist total träge und irgendwann ist es so schlimm dass du denkst ja gut dann warte ich jetzt auf die rente genau was soll ich jetzt da nochmal ausbrechen außerdem ist dieses ja ich könnte mir vorstellen dass an der stelle das raster die raster gitter immer dicker werden ja genau so spricht man ja auch vielleicht mal von verkrustung oder sowas es festigt sich und ist dann unbeweglich oder so und du selbst wirst ja eigentlich im prinzip geistig unbeweglich dadurch weil du nichts mehr anderes ausprobiert und wie und auch nicht mehr die möglichkeit siehst du hast nicht mehr die vorstellung und die fantasie oder das bewusstsein um zu sagen auch es könnte auch mal anders sein wie könnte es denn sein du kannst dir gar nicht mehr vorstellen dass es eine andere stelle gibt für dich richtig wie krass das ist dass man sich das dann noch nicht mal wieder vorstellen kann der geist wird so träge weil er einfach nicht mehr benutzt wird und das schlimme ist natürlich dass wenn vorgegeben wird wie du deinen geist zu benutzen hast meinetwegen fängt das ja schon in der schule an dass du entsprechend dem bewertet wirst was dort vorgegeben ist es ist ja keine freie entwicklung in wirklichkeit du wirst ja nicht entsprechend deiner persönlichen entwicklung bewertet sondern dem was man sagt so muss er es machen hat das so gemacht nö hat er nicht so gemacht ja schade genau so und dann der geist man verliert das träumen man verliert die fantasie ne und man passt sich immer mehr an und dann schwimmt man irgendwann mit so einem riesen strom mit und ja man ist überhaupt kein schöpfer mehr ne ja genau wenn man von raster zu raster hüpft ja genau und die rasterung oder das raster oder das muster ist ja ja einfach auf die allgemeinheit ausgerichtet und im prinzip dient es nicht der individualität der person nur bei manchen die sich nicht auf diese dieses raster einlassen sind personen die dann irgendwie vielleicht sich selbst lassen und dann darüber hinaus wachsen aus der rasterung und eine so große persönlichkeit haben eine eigene rasterung oder ein eigenes muster irgendwie für sich zu generieren ob die jetzt in unternehmen führen oder ob die irgendwie große visionäre sind oder künstler oder expressionisten oder also die bilden dann so ihr ein eigenes raster und passen vielleicht nicht in irgendein schema system oder ähnliches oder so aber dafür brauchst du natürlich ein gutes selbstbewusst sein genau wenn wir jetzt die frage stellen wie kann uns meditation dabei helfen aus diesem raster rauszukommen dann ist natürlich erst mal das erkennen des rasters dass es da ist dass man sich drin befindet dass man vielleicht auch noch mal darüber reflektiert wann habe ich angefangen in so ein raster reinzugehen also praktisch wann habe ich angefangen mein verhalten nicht mehr zu verändern wann habe ich aufgehört kreativ zu sein wann habe ich aufgehört meine wünsche zu erfüllen oder zu verfolgen wann habe ich aufgehört ziele festzulegen wann ist man praktisch eingeschlafen ja das muss einem natürlich erst mal bewusst werden und das geht halt durch selbstreflexion ne durch an eigen anschauung mein eigenes leben schaue ich mir an mit einem abstand und kann dann erkennen oh so und so war es und weil mir das wieder bewusst wird habe ich die möglichkeit zu einer veränderung muss ich nicht aber ich hätte die möglichkeit dadurch dass es mir bewusst wird kann ich überlegen möchte ich das so weitermachen ja und jetzt ist halt das was du sagst na jetzt braucht es energie jetzt braucht es du musst motivation haben im grunde muss ein neues ziel haben wo du sagst nee so will ich ja jetzt nicht sein und das ist das was wir beim letzten mal gesagt haben jetzt muss man eine neue rolle annehmen und sagen nee so möchte ich jetzt nicht sein und sich dann wieder verändern genau das ist nicht einfach ja man hat schnell ein haus gebaut ne das das kriegt man ganz gut hin aber so eine krasse veränderung hinzubekommen ja da braucht es viel ruhe viel zeit viel selbstbewusstsein ich finde bei der meditation fangen wir irgendwann an aus der ruhe kraft zu schöpfen ja aus dieser ruhe das man geht in so eine sanfte stille hinein man akzeptiert das alles was geschehen ist und geht dann erst mal in so einen neutralen zustand und aus diesem neutralen zustand heraus kommt kreativität auf einmal hast du gedanken die hast du vorher nicht gehabt ja weil dir bewusst ist wie es ist wie es lief und du angefangen hast es zu akzeptieren und damit okay zu sein kommen dir nach einer weile ideen die hast du vorher nicht gehabt auf einmal kommen möglichkeiten auf dich zu wo du denkst krass auf einmal kriege ich ein job angebot da oder dieses oder jenes ja ich finde es genial weil so läuft es wirklich ab sobald man akzeptiert also sobald man erkannt hat akzeptiert hat geschehen lässt entwickelt der geist so eine art neue dynamik es entsteht auf einmal was neues man kann ja gar nicht sagen wo das herkommt schau mal du hast ich habe vipassana gemacht ein paar mal und jedes mal nach das ist vipassana ist zehn tage schweigen und im grunde elf stunden am tag meditieren und die meditation sieht so aus dass man die ersten drei tage nur die empfindungen an den nasenlöchern wahrnimmt ja also kein atemtraining sondern du spürst wie die luft an deinen nasenlöchern ein und aus strömt und zwar achtest du auf das gefühl was du dort wahrnimmst man hört auch seinen atem das ist okay aber im grunde geht es um fühlen und dann die nächsten sieben tage geht man mit seiner aufmerksamkeit den ganzen tag durch seinen körper von oben nach unten durch die beine durch die finger es wird nachher so eine fließende bewegung du gehst von der fingerspitze des zeigefingers in richtung hand dann fließt du mit der aufmerksamkeit durch deine hand durch zum handgelenk zum unterarm zum ellebogen und da kommst du nachher in so ein flow du merkst dass die aufmerksamkeit eine geschwindigkeit hat eine ganz eigene geschwindigkeit deine eigene deine eigene geschwindigkeit ja deine eigene ist schwer zu sagen es hat einfach eine gewisse geschwindigkeit und manchmal geht es gut dann stoppt das wieder dann hängst du am ellbogen fest weil du auf einmal darüber nachdenkst hat sich doch mal gebrochen mein ellbogen und schon ist diese aufmerksamkeit wieder weg und fließt nicht mehr ja und irgendwann erkennst du das mit deinem denken stoppst du diese aufmerksamkeit so und das macht man sieben tage man darf nichts aufschreiben man darf nichts lesen es geht darum dass du ganz bei dir bist im grunde noch mal so wie im bauch der mutter ja du wurdest versorgt man wird da versorgt du kriegst essen und alles und musst gar nichts machen und kannst dich voll auf deine meditation konzentrieren und jedes mal wenn ich das gemacht habe natürlich hatte ich ideen und dachte du musst dir das aufschreiben das so genial und sonst hast du das vergessen nach zehn tagen aber du darfst nichts aufschreiben ja und dann versuchst du das im kopf zu behalten und dann so am nächsten tag denkst du vielleicht ist die idee doch nicht so gut und dann beschäftigt sich wieder der verstand und du sitzt da und denkst nach und denkst nach und hast ganz vergessen mit deiner aufmerksamkeit durch den körper zu gehen ja aber dennoch jedes mal gab es krasse veränderungen in meinem leben positive veränderungen veränderungen mit denen ich niemals gerechnet hätte das war gar nicht auf meinem bildschirm du sprichst jetzt von nach der nach dem nach der vipassana meditation drei monate danach vier monate danach hat sich irgendwas entwickelt in dieser zeit wo ich so still war also nichts kleines schon und schon größere veränderungen große veränderungen ja meine selbstständigkeit als meditationstrainer ja das geschah danach dann sind wir umgezogen danach dann habe ich die ausbildung entwickelt nach so einem vipassana retreat das ist so es ist irgendwie so man war die ganze zeit beschäftigt im leben und so und dann nimmst du dir zehn tage auszeit und kommst einfach zur ruhe und es ist so als würdest du in die ruhe des lebens eintauchen du kannst ja nicht mehr viel machen dort du hast gar kein es gibt nichts wo du handeln kannst du kannst niemanden anrufen du kannst nichts aufschreiben du kannst mit niemandem sprechen ja da sind 200 leute und man guckt sich nicht an wenn es geht man unterhält sich nicht miteinander es ist einfach verdammt still und irgendwann bist du auch in dieser stille drin und dann ist man wie auf so auf dem grund des lebens wo das leben auf einmal raum hat sich ohne dein ego zu entwickeln ohne dein zu tun ohne dass du eine handlung ausführst das ist so als würde das leben im hintergrund die dinge für dich regeln und das ist so geil ja dass das gibt dir so ein krasses vertrauen in das leben weil du gehst mit du machst so eine krasse erfahrung die sich so positiv entwickelt irgendwann weißt du das leben weiß es manchmal einfach besser als ich genau das ist für dich da und nicht gegen dich ja es ist für dich da und dann irgendwann taucht man wieder in diesen wachstumsprozess des lebens ein und surft wieder auf der welle des lebens gut das jetzt krass zehn tage schweigen wir machen das in unseren meditationskursen es ist ja schon mal man kann es auch erreichen durch regelmäßige praxis das muss ja nicht unbedingt jeden tag sein aber dass wenn man anfängt einmal die woche zu meditieren paar minuten oder vielleicht auch mal eine halbe stunde dass man sich erst mal dran gewöhnt sondern dass man da reinkommt in das ganze ja genau also ich meine jeder jeder wird glaube ich schon so seinen weg wissen wann wann er zu wie viel irgendwie bereit sein wird und möchte so dass es da an der stelle ja irgendwie so keinen zwang geben soll oder kein weißes wissen das ist kein fitnessstudio oder so ja genau vor allem nicht wieder was erreichen weil dann willst du gehst du wieder hin zum meditation weil du erreichen möchtest dass dieses oder jenes geschieht dann hast du immer noch die kontrolle ja und naja es geht halt schon darum sie einfach mal loszulassen die kontrolle nicht zu erreichen sondern das was ist erstmal akzeptieren damit okay sein mit dem wie es jetzt gerade ist verantwortung dafür zu übernehmen und zu sagen ja so habe ich gelebt so war das alles bisher das hat dieses und jenes verursacht in ordnung dieses in ordnung schafft schon so einen inneren freien raum so ein okay sein raum du hast dich damit beschäftigt ne genau bewusst genau richtig und dann lässt du im grunde auch schon los mit diesem okay und da ist dann fängt schon das leben im hintergrund die ersten weichen anzustellen ja es ist halt die kraft der meditation die kraft der stille ne wobei man sagen muss es muss nicht immer ausschließlich die meditation sein sondern es sind auch andere bereichen ne wo man in einer art meditation sein kann beispielsweise wenn wenn man mit jemandem zusammenarbeitet handwerklich was ich schon erfahren habe mit meinem vater oder so oder baust du im haus irgendwas rum und die handgriffe sind eigentlich schon so weitestgehend klar da wird nicht mehr viel gequatscht sondern jeder macht irgendwie den handgriff und den nächsten handgriff und der übernächste ist auch klar und wenn man so zusammenarbeitet in einem fluss dann denkt der eine vielleicht schon irgendwie den schritt weiter und besorgt schon die hölzer oder das werkzeug für den nächsten schritt und dann kommt der andere und das läuft alles so ohne dass man irgendwie kommuniziert und man ist so drin ohne gedanken und nur in dieser handlung und das finde ich auch total schön das ist der flow des leben entwickelt sich so ohne dass du groß was zutust du bist verbunden mit deinem vater ihr seid verbunden über die arbeit die arbeit ist mit der sache verbunden die man macht und die sache selbst entwickelt sich cool das war's für heute oder würde ich sagen würde auch sagen dass wir jetzt ein gutes stimmiges ende gefunden haben dass sich das entwickelt wie der podcast der wird sich einfach auch entwickeln eben genau man ist auch so drin wir sind auch manchmal ist man dann auch so drin dass man ist das jetzt das ego was weitermachen möchte oder hast du den ausgang verpasst so ne weil du jetzt weil wir jetzt nicht wachsam oder achtsam genug waren zu sagen erkennen ach jetzt ist ein thema beendet lass uns rausgehen ja genau alles klar karsten ich freue mich bis zum nächsten mal danke euch super danke dir tschüss bis zum nächsten mal tschüss tschüss